ja hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video heute gibt es wieder mal daisy und ich bin hier kurz vor cerno also zwischen elektro und cerno und habe irgendwie vor mir ein paar viele schüsse gehört und jetzt habe ich mir gedacht ich laufe mal dorthin gucken was da abgeht und drücke auf die aufnahmetaste damit ihr auch was davon habt und ja ich hoffe ich werde nicht gleich über den haufen geschossen hoffe ich wirklich sehr ja gucken wir mal hier also längst von uns ist cerno und ich laufe jetzt einfach mal hier in den wald rein kann ich vielleicht ein bisschen gucken vielleicht sehe ich da was wie der server ist natürlich von von also 50 von 50 spielern und wir einfach mal wieder ein bisschen action haben und ich habe schon lange keine schüsse mehr gehört und jetzt habe ich natürlich als ich die schüsse gehört habe gleich aufnehmen gedrückt gucken wir einfach mal irgendwo hier irgendwer sehen momentan sieht alles noch ziemlich ruhig aus aber ich denke das kann sich relativ schnell ändern vorsichtig hier vorgehen irgendwie ich weiß dass hier ganz viele spieler um mich herum sind aber irgendwo ich habe doch vorhin hier riesen schießerei gehört hier über die gruppe und dann sollten wir dann besser auf die stadt runter sehen vielleicht sehen wir irgendwas oh und spieler 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 shit 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 komm schon komm schon kurz warten wo der durch rennt ich glaube der hat uns nicht gesehen So, jetzt kurz gucken. Woll ich mal? Oh mein Gott. Wo ist der? Oh shit, oh shit. Nee, meine Beine sind gebrochen. Fuck. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Das war ja vielleicht... Ja gut. Dann drücke ich mal auf Respawn. Vielleicht habe ich ja das Glück und ich spawne Incierno wieder. Oh man, das war jetzt wieder eine super dämliche Aktion. Oh mein Gott. Oh, ein Riesen Fail, Mann. Oh mein Gott. Naja, gucken wir mal. Vielleicht haben wir... Vielleicht, vielleicht haben wir das Glück und spawne Incierno und dann können wir gleich noch mal auf den Hügel rennen und uns versuchen zu rechnen. Wäre natürlich absolut geil, wenn das funktionieren würde. Oh mein Gott, wir sind wirklich in Incierno. Oh shit, wie geil ist das denn? So, jetzt muss ich nur kurz überlegen, wo denn meine Leiche war. Da muss ich auch natürlich gucken, dass nicht der Nächste kommt und mich nochmal über den Haufen schiesst. Wäre ein bisschen scheisse. So, ich gehe einfach mal hier in den Wald. Ich muss irgendwo... Ich muss irgendwo da oben sein. Oh, nach rechts. Okay. Ich glaube, der hat uns nicht gesehen. War das der Typ, der uns erschossen hat oder was? Ich glaube, ich brauche den jetzt einfach mal kurz. Zielt er auf uns? Okay, er schiesst nicht. Ich schleiche mich mal ein bisschen an. Mal gucken. Vielleicht können wir den ganzen Typen überrumpeln. So. Leute, drückt mir den Daumen. Drückt mir den Daumen, dass es funktioniert. Oh, da hat er uns nicht gesehen. Komm, 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 komm. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Yeah, renn weg, bitch. Oh mein Gott, wie schlecht. Wie schlecht ist der? Yeah. Komm her, Mann, komm her. What? Ist der bewusstlos? Oh mein Gott. So, komm, schnell, schnell, schnell. So, Jacke. Ich habe das Gefühl, ich werde jeden Moment in den Kopf geschossen. Komm, 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 schnell. Ach nee, die Hose. Schuhe noch, so. Yeah. Okay, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. So, weiter, weiter, komm. Moment. So. Los, los. Ich muss ihm noch einen Kopfschuss kriegen. So. Jetzt ist der Typ tot, Mann. Los, los. Komm, 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 komm. Komm, lauf, Alter. What the fuck? Ich kann nicht, ich kann nicht. Er will nicht rennen. Ah, jetzt. So. Komm, komm, komm. Weg, weg, weg da. Oh mein Gott. Komm her. Komm her. Nee, keine Munition. Shit. Renn, renn, renn. Oh mein Herz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Dieser schießt der Typ nicht. Ich glaube, der hat selber keine Munition. So, komm, schnell. Weg, 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 weg hier. Ich muss irgendwie. Kurz in Deckung, damit ich nachladen kann. So, aber irgendwie hat er nicht geschossen. Ich traue mich nicht umzudrehen. Ich will. Oh shit, Leute. Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz hört auf zu schlagen in jedem Moment. Oh shit. So, komm, weiter. Weg, weg. Aber dass der nicht geschossen hat. Was ist denn mit Themen los? Oh mein Gott. Oh shit. So. Ich glaube, wenn er bis jetzt nicht geschossen hat, dann fiel er jetzt auch nicht mehr schießen. Ich denke, oh, ein Spieler, Leute. Den holen wir uns. Fuck, hat er uns gesehen? Nee. Hat er uns tatsächlich gesehen? Oh mein Gott. Oh shit. Wo ist der hinter dem Baum? Ne? Fuck. Okay. Ich muss jetzt kurz mal zuerst nachladen. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Es wäre so geil, wenn er mich nicht gesehen hätte. Mal kurz hier. Munitiones. So. Gucken wir mal. Sind wir noch hinter dem Baum? Den holen wir uns. So, komm. Guck. Komm schon, zeig dein Köpfchen. Ich weiß nicht, hat er uns gesehen? Zielt er auf uns? Komm schon. Zeig dich. Ich schieße mich ein, hinter den Rücken. Ich sehe es schon kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat uns gesehen. Oh shit. Fuck. Fuck. Ja gut, der hat uns gesehen, ne? Oh mein Gott. Ja, war trotzdem eine sehr herzerwärmende Runde. Und ja, ich hoffe, er hatte auch so viel Spaß wie ich. Mein Herz schlägt wie verrückt. Und ja, ich würde sagen, das wäre es für dieses Video. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben. Abonnieren drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, von daher, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ah. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.